Pause, Regen in Erfurt und Abstoß Borlishausen. Boscovic, Salem, dann Zima, Salem mit Platz, Salem ließ erkennen und im Moment des Abspiels steht Minzel hinter dem Ball. Der Ball wird nach vorne gespielt, kein Abseits, sondern Torklau, bitter für wen Wiesbaden. Kein Wunder also, dass Alf Minzel fuchsteufelswild wird und Gino Lettieri zum leidenden Angestellter.